Tag auch und willkommen zu Let's Play We Play Together. Bei diesen neuen Minispielen duelliere ich mich mit Anna und die. Möchtest du noch meine Zuschauer grüßen? Ja gerne, hallo alle zusammen, was ist mit mir los? Was ist denn los? Es ist schon spät. Ich merke das schon. 10 von 0. Na gut. Das ist mein Miet. So, Lyra, yay. Und? Das bin ich, Anna und die. Hast du gefurzt oder war das die Couch? Sowohl als auch. Dann werde ich beruhigt. Du musst noch mal drücken. Ach so, ja. Oh Gott, oh Gott, ist ja jetzt schon kompliziert. Dann nehmen wir los. Siehst du rings 1 zu 1 aus wie ich? Natürlich. Hab ich gut gemacht, ne? Mhm. Willkommen bei We Play. Hier lernst du alles, was du über die Wii-Fernbedienung wissen musst. In Stufe 1 kannst du mit der Wii-Fernbedienung noch Ziele erfeuern. Geile Scheiße. Das letzte Mal habe ich das gespielt. Das ist bestimmt unglaublich viele Jahre her. Wir fangen an mit Schütz-Sendfest, zielt mit der Wii-Fernbedienung und schießt die Ziele mit B ab. Kombos von mindestens fünf Treffern bringen Bonuspunkte. Start. Ich habe das noch nie gespielt. Das ist gut. Das ist meins ist ewig her. Ich weiß ja wiederkannend. Ja. Sieht genauso aus, ne? Ja. Bloß ein etwas moderner. Hallo. Nur, dass wir jetzt auf Bonbons, auf Ballons schießen müssen. Ja. Auf Bonbons. Ja. Ich werde nervös. Das ist gut. Du hast ne Ente. Ne, die, die war mir zu schnell. Mist. Wow. Was ein Vorsprung. Wahnsinn. Na ey. Das habe ich wegen dir meine Serie verrissen. Entschuldigung. Ja, schieß dich ab. Hab ich. Gab Bonospunkte. Nicht mich. Nein. Gab was Bonospunkte, wenn du mich abschießt? Ne, wenn ich auf mich schieße. Achso, ja. Ne, ich mich selbst. Weg mit dir. Weg mit dir. Ne, das warst du. Achso, tatsächliche Minuspunkte. Ich dachte, es gibt Bonuspunkte. Hab mich verguckt. Hm. Das ist blöd. Da hol ich mir selbst eins rein. Sauber. Doof von mir. Immer schön nicht selbst abschießen. Oh. Serie gerissen. Bei mir war auch schon ein paar Mal. Okay. Du liegst ein bisschen vorne, weil ich nicht ganz aufgepasst habe. Alter, das ist doch Glück. Ah. Oh. Mist. Nein. 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 Hörst du auf, Ente? Ach die. Die kann ich bestimmt auch abschießen. Ich habe es versucht. Okay, die Scheiben sind schwierig. Ja, so einfach ist es nicht. Treffer. Doch noch. Auf 3.000 Meter Entfernung. Ja, aber. Die kommt runter, ne? Hörst du auf damit? Ne, dann bin ich für zweite oben hier. Oh Mann, du Dödel. Ich denk, du haust dich auch noch mal. Oh Scheiße. Mist. Hast du noch? Ja. Zweite. Wack. Gut, meine Serie ist eh gerade durch. Ente. Pass auf, was du dir an. Ich habe es getroffen. Viel rechts aus dem Bildschirmrand. Cool. Oh. Ich bin gut, was Kombos angeht. Richtig, richtig spitze. Aber erzähl doch nichts. Ja doch. Ich nehme deine Dose nicht. Okay. What? Wenn du schnell genug machst, kannst du deinen Namen schreiben. Geil. Oh, was? Oh. Oh nein. Die wollen uns erfüllen. Ja, die können die mitnehmen. Nein. 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 Ich habe noch zwei. Verdammt. Nein. Liegen lassen. Liegen lassen. Oh. Danke. Toll, Mist. Oh, wenn ich aufhören würde, um zu lassen. Prats, 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 prats. Da gehst du ein Schienengewehr jetzt. So viel zur Kombo. Na gut. Ender wird eingerahmt. Yeah. S1 gewinnt. Huh. Geile Scheiße. 1-0. Ne, anderes Spiel. Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen die einmal schön durch. Die Steuerung klappt gut. Ich bin nur scheiße in dem Spiel. Okay. Du kannst nun Stufe 2 spielen. Hier wählst du mit der Wee-Family-Dingung aus einer Menge mies das Richtige aus. Wohlmöglich sind ja auch deine eigenen Miesen mit von der Partie. Geile Scheiße. Aha. Okay. Dann machen wir das mal. Findet die Gesuchten aus der Menge. Zieht mit der Wee-Family-Dingung und wählt mit A. Den Tipp gibt's. Was? Den Tipp gibt's mit einem Druck auf B. Aha. Finde die Zwillinge. Das ist schön. Ach so. Ach, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, toll. Jetzt ist auch verstanden. Die hatten aber nicht das gleiche an. Darauf habe ich mich auch geachtet. Zwillinge. Ja, nein. Ja, ich bin verdrückt. Wer denn die Zwillinge hat? Yay. Was? Ja. Wie, ja. Wer ist denn ja? Nee, der ist vorne rausgeschmogen. Ich warte, dass er wiederkommt. Ach so, ja. Dann klicke ich den jetzt auch an. Darf ich nicht. Nee, hab ich auch schon. Darf ich dann nicht mehr anklicken? Nee, einmal geht nur. Aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass der es ist. Für die erste Szene, für den zweiten gibt's fünf. Ich hab noch keinen Plan. Ah, das für mich. Geil. Hallo. Hallo. Hi. Äh, die sehen alle unterschiedlich aus. Find ich auch. Was ist das denn für ein Wasserstiel? Lass uns mal, wenn ich im Mauszager drauf bin. Was steht da? Da finden Sie eure eigenen Mies? Ach so. Was? Hätt ihr mal früher sagen können. Hier bin ich. Da schwimm ich. Ich hab mal daneben geklebt. Es gab minus fünf. Fies. Den Schmelzen. Ja, okay. Der, der am ehesten raus ist. Der da. Was? Der war mordschnell. Der hält sich da nichts. Den Schmelzen. Oh, ich dachte, da war ich das erste Mal daneben war. Finde dieses Mies. Das Pony. Wo ist das Pony? Hä? Pony Bär, wink doch mal. Doll. Hab ich getroffen, hab ich. Ich hab erstmal alles gedrückt. A, B, X, Z. Das ist alles gar nicht drauf. Finde die Drillinge. Muss ich jetzt schneller gehen, weil es gibt ja drei Stück davon. In Theorie. Hä? Ich weiß es auch noch lange nicht. Gut, in einer Minute ist vorbei. Die, die. Die. Was? Oh. Oh. Und die da. Ach, hör doch auf. Okay, Zwillinge. Ich freu mich auf Hinde die Zehnlinge. Der und der. Oh doch nicht. Nein, sowas von überhaupt nicht. Der da. Der ist es. Mist, wie kann ich das noch aufholen? Dieses Mi, aber. Nein. Der ist einfach wegen seiner weißen Bütze. Zwillinge. Ja, großartig. Hä? Ich hab's auch. Ja, wirklich? Ja. Nein. Du schummelst doch. Der tanzt aus der Reihe. Du. Nur ein bisschen. Die da. Ah. Ging wahrscheinlich mir die Fußfolge, ne? Finde die Drillinge. Oh nein, oh nein. Den da. Und was ist den noch? Gott sei Dank. Nochmal Drillinge. Oh, Leute. Echt jetzt? Es gibt keine Drillinge. Oh, nee. Irgendwie nicht. Was? Nein. Nein, ich hab daneben geklickt. Was wundere andere? Den drillinge ich nicht gesehen. Ah, den hab ich nicht gesehen. Äh, ich hab einmal daneben geklickt, obwohl ich sie gesehen hab. IMS. Eigenen. Äh. Ja, wo ist denn meine Glatze? Hallo? Ich sehe auch keinen. Hä? Geschafft. Hä? Das startet doch. Da kommt irgendwo dahin. Die kamen viel zu spät reingeschwommen. Toll. Eins gewinnt. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Das ist ja cool. Da steht 2-0, aber wir haben noch einige Spiele vor uns. Stufe 3 steht bestimmt wieder, wenn wir da sind. So, hier. Oh, Tischtennis. Aha. Aha. Wer routiniert die Bälle des Gegners. Returned, oder was soll das heißen? Returned die Bälle des Gegners. Wer zuerst elf Punkte hat, gewinnt. Bewegt die Schläge, um den Ball zu lenken. Okay. Läuft. Tennis aus Kampfer. Und plumpf. Okay, gewonnen. Nächstes Spiel. Sie freuen sich alle. Toll. Da darfst du nicht zur Seite. Wechsel. Okay. Armball. So. Pling. Gut, dass wir schon so Tennis-Profis sind. Was? Was hast du da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Mach das nie wieder. Doch. Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich es gemacht habe. Ah. Ja, ihr schnibbelt hier. Das gibt es ja ja auch nicht. Aha. Aha. Ah. Ist viel einfacher auf dieser Seite. Ja? Bestimmt. Ach, ist ja nichts. Doch, ich erzähle. Nein, voll schwierig da unten. Yes. Voll schwierig hier unten. Ich will wieder auf die andere Seite. Aha. Voll ruhig und konzentriert hier im Spiel. Das ist auch echt ein bisschen... Das war ein Special, das war ein Special, das war ein Traumwechsel. Oh, ich bin wieder oben. Oh, ich bin wieder oben. Ich fand unschöner. Du kannst dich doch jemals beschweren und... Ich beschwere mich nicht. Ich brauch ein bisschen Schläger. Ja, okay. Tennis-Schläger bitte, oder? Weltsboot-Schläger? Ja. Dann will ich auch mit dem Spiel, das war's mal. Ja. Ja. Ich wollte gucken, ob ich so ein bisschen nach vorn oder nach hinten kann. Aha. Großartig. Kannst du? Nee. Nee. Nicht gut. Am Ball. Puck. 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 Jetzt macht er irgendwie so Puck. Puck. Start. Was? Was war das denn? Du musst start dazu, dann funktioniert das. Start. Nee, hat ohne Glück. Knapp. Zu früh. Was? Oh Mann, ja, geh doch weiter nach hinten mit dem Scheißschläger. Gut. Da 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 da. Zack. Uah. Ach, hat sich noch nix. Uah. Ein Punkt noch. Satzball, Matchball. Siegesball. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Mondball, Fliege und Sieg. Hüah. Hüah. Nein. Oh, stopp. Uah. Boah. Stopp. Stopp. Hüah. 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 Oh, da war ein schöner Ball aber. Hüah. 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 Was? Hüah. 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 Das ist lustiger Kram. Dreh die Mies mit den Wii-Verblinungen nach links und rechts. Wenn ihr A oder B drückt, könnt ihr die Pose wechseln. Aha. Dann schauen wir doch mal. Oh. Oh nein. Yes. Okay. Ach so, ich muss meinen SIE auf und NIE? Nee, ist egal. Ah. Ist egal? Ah, ja, ist egal. Ich kann allen mitnehmen. Bam. Oh. Das ist ein Spezialbund. was 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 war das denn auch und hab's nicht verstanden wie uns das ist auch hier ein unglaublich ausgezeichnet so bei england und jetzt auch noch drehen das ist immer schwierig nein zack 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 wo war ein aber zu weit gedreht die mich haben ich habe ja das ist was ist hier los spaßparade war das ja ich wollte keine spaßparade nein nein für die super da ich dass die special farbigen dinge ich war irgendwie noch nicht raus ich weiß noch nicht wo der unterschied ist zwischen rot und blau oder zitter 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 glaube ich nur so ich weiß auch nicht ausgezeichnet ja ich will das noch nicht ganz aber okay gehen wie ein egt ja komm hier da und da und dann nehme ich doch meine s2 hat eine dafür sind die blasen die farben haben wenn was runterfällt das ist natürlich sinnvoller und eigentlich seine eigenen farben ja ich mache gerne mit ich bin ja natürlich danke nein ja super bunt ob ganz knapper vorsprung dezent wofür gab es in den bonus dafür dass du keine blase aus fallen lassen wir haben vorhin immer boni bekommen aber jetzt gerade nur du weil ich eine meiner blasen verloren hat jetzt wird ein bisschen anspruchsvoller ich habe schon gefragt wo wo die schwierigkeit bleibt und den ich mit und doch den das spiel anstrengend ich nehme ich auch mit auch mal nicht kunst du mich erfolgen du machst du so eine scheiße ich mach keine scheiße damit doch mal genau das wichtige zu konzentration das in den ach lohnt sich von wegen aha ja nein ist hier im blauen gut perfekt das spiel anstrengend wirklich noch ein röschen schön schön hintergrund ja ja nimm das ding auch also nicht die rose die form ja ja die form das ist richtig nervig ist ein witziges spiel für zwei minuten ja ich mir jetzt auch mal sagen der kann weg ja kommt jetzt zurück ist das lustige spiel für eine minute hat die reich mir jetzt auch noch in die runde schluss jetzt ja die form die form ist das kompliziert ja 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 ganz knapp das schluss nicht noch einer das reicht mir dreht sich wieso dreht sich das denn tut es nur nicht muss wohl nachher haben wir da sind ja wo auch von eben so so alles ist schön dass du es ist ein traum nein kommt mir doch ich habe doch die blase wirklich gerade die bunte ende ja ich gratuliere dir zu einem sehr knappen vorsprung vielen dank von über 100 prozent trotzdem nur als einer als ein sieg verstehen theme doppelt und dann und dann und dann Vielen Dank.